Sie erkennen mich nicht, oder? Ich hab dir gesagt, er erkennt mich nicht. Stimmt, hast du gesagt. Sollte ich Sie erkennen? Ja, offensichtlich nicht. Wenn Sie mich noch nie bemerkt haben, dann brauchen Sie mich auch nicht zu erkennen. Wo hätte ich Sie denn bemerken sollen? In unserem Haus. Sie wohnen in meinem Haus? Nein. Sie wohnen in meinem. Ich bin schon ein bisschen länger da. Ich bin im Hinterhaus, fünfter Stock, gleich gegenüber von Ihnen. Auf der anderen Seite vom Hof. Ich hab aber keinen Fahrstuhl, der nur zu mir hochgeht. Ich nehm die Treppe, so wie alle anderen.